Moin Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play WoW Shadowlands mit Shufa. Hallo! Hey, der perfekte Co-Kommentator. Was los? Wir wollen seine Freunde retten, denn die miesen Sprigans, die haben die entführt, ihr Animal entzogen und werden sie bestimmt noch andersweitig foltern und das können wir natürlich nicht zulassen. Deswegen pullen wir gleich mal das halbe Dorf hier zusammen, nämlich alle drei Buds und dann geht es richtig schön in die Phrase. Leute, wir haben im letzten Part viel gelernt über den Artenwald, über die Probleme, über Wildsamen, über Einwohner und so weiter und so fort und haben jetzt auch die noble Aufgabe, selbst Anima zu extrahieren. Wir sehen das hier. Sogar das Anima ist sehr einzigartig und an den Artenwald gebunden. Habt ihr es gesehen? Das waren so kleine Schmetterlinge, die gerade rauskamen aus ihren geschundenen Körpern und in unser Seelensammelnetz wanderten. Auch ganz schön, ne? Stellt sich einfach ganz viele dieser Seelennetze. Frechheit! Und um euch zu töten, aber das ist nicht halb so schlimm. Das Erschrecken ist der wahre Terror hier. Da stellt sich einfach Haufen dieser Netze in den Garten, ne? Und dann ist das wie so eine Solaranlage. Dann sammelt das das ganze Anima ein, was so rumfliegt. Sehr nice. Hatten wir auch in MOP, ne? Wo wir im Tal der vier Winde, ich wollte gerade sagen ewigen Winde, das war immer ein bisschen tricky, ne? Tal der ewigen Blüten und Tal der vier Winde. Zwei unterschiedliche Zonen, die dennoch dicht beieinander sind. Aha! Was war hier irgendwie? Gewerkschaftstreffen oder? Na fuck! Leute, es ist schon wieder eins durch. Gewerkschaftstreffen hier. Let's go! Gibt's doch nicht. Und ja, da gab's die Möglichkeit, so einen kleinen Hof zu betreiben, ne? Und verschiedene Pflanzen zu säen und so. Und dann konntest du eben normale Zutaten zurechtbasteln, irgendwelche Kohlköpfe und so. Konntest du aber auch irgendwelche besonders stacheligen Pflanzen zum Beispiel großziehen. Und die konntest du dann auch abernten. Die hatten dann halt den Nebeneffekt, dass in diesen Stacheln Fetzen hängen blieben, aus denen du dann quasi Stoffe gewinnen konntest. Für Schneiderei und so oder Erste Hilfe. Fand ich auch super interessant. War sehr gern auf diesem Hof. Hat durchaus viel Spaß gemacht. Und hier sehen wir's nochmal. Zack. Und ja, kam in dieser Form gar nicht nochmal wieder, ne? Zumindest nicht so krass mit so vielen Möglichkeiten, mit so vielen beruflichen Interaktionen. Wir heilen uns nochmal gerade ein bisschen voll. Und dann sind wir schon bei Slank'nen. Moin. Ach du liebe Zeit. Ich bin sehr weit weg von meinem eigentlichen Ziel entfernt. Ich bin so müde. Wenn ich mich doch nur hinlegen und ausruhen könnte. Ja komm, wir retten dich erstmal. Und welche Art von Geist seid ihr? Nice. Und es ist ein Otter. Ein großer Otter. Das ist kein Geist, Slank'nen. Ha ha ha. Slank'nen. Okay. Nicht Slank'nen. Ich mein, beides klingt super seltsam, oder? Slank'nen, Slank'nen. Ich hab keine Ahnung. Das ist Todesblüte. Die nehmen wir noch mit. Und ihr habt's auf der Minimap vielleicht gesehen. Hier ist so ne Truhe. Und die muss man tatsächlich mit zwei Spielern aktivieren. Da muss einer die Trommel schlagen, oder was es war. Und der andere die Harfe spielen. Und wenn man dann quasi die richtigen Töne trifft. Und das tut man, wenn man eben gleichzeitig mit zwei Spielern da interagiert. Dann öffnet sich quasi die Truhe. Voll toll, oder? Spielerei, Musik und Spaß bei den Fä. Oh, und ich hab erstmal ne Motte dazu gepoolt. Ey, ich hab letztens Jahr meinen Hexer gelevelt, ne? Und hatte nen Lehrwandler draußen. Und der Lehrwandler, der zieht ja schön Aggro. Der kann auch gut Schaden machen. Der kann Single-Target. Der kann AOE und so weiter, ne? Und da war ich bei einem Bonus-Ziel. Wo viele von den Drust waren. Aber auch viele neutrale Mobs. Und immer wenn ich ein bisschen was von den Drust zusammengepoolt habe. Also ein paar Mobs mehr. Dann hat der Lehrwandler natürlich sein AOE benutzt. Und dann hat er erstmal auf dem Max-Ranger irgendwie drei Motten dazu gepoolt. Oder sowas. War total kacke. Ey, und das auf die letzten Meter, ne? So das gut gelaunte, unterequippte Level 59er Scaling. Ey, da musstest du halt HCD bei jeder dieser Aktionen ziehen. Um da irgendwie noch den Kopf aus der Schlinge zu kriegen. Das war auch nochmal anders wild. Die lieben Pets, ne? Der gute AOE-Freunde. Wenn man wieder nicht über sich, unter sich, links und rechts kontrolliert hat. Dann stehst du auf einmal da und siehst den Wald vor lauter Mobs nicht. Wen haben wir denn hier? Ruri. Oder Huri? Rührei? Keine Ahnung. Mir geht es prächtig. Ich habe nur ein Schläfchen gehalten. Was soll der Aufruhr? Zeit zu gehen. Ach, was seid ihr denn für ein Wesen? Nice. Und da sehe ich mich. Hilfenat, Ruri. Ruri, ja. Sehr schön. Eine fette Katze, die den ganzen Tag pennen will. Leute, wer im letzten Part noch nicht überzeugt war vom Artenwald, ich hoffe, ihr seid es jetzt. Ich meine, das sind ja auch krasse Unterschiede. Selbst wenn ihr nicht der entspannte Typ seid, ja, dann könnt ihr ja immer noch Schufa sein und hyperaktiv überall rumspringen, ne? Tennis spielen mit Orangen, die ja wachsen oder so. Keine Ahnung, irgendwelche Früchte durch die Gegend schießen. Und das geht ja auch, ne? Alles ist möglich. Voll toll. Und so. Da ist die letzte Seele. Und ganz viele von diesen bösartigen Sprigans. Ob die sich selber so genannt haben? Oder ob die in ihren Kreisen super nette Liebesprigans heißen? Die Nettgans sind das einfach. Zack. Und jetzt sind sie Totgans. Leute, so schnell kann man sich hier entwickeln in unserer Nähe. Awu, ist noch da. Hallo. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Nein, ich schaffe es nicht. Klar, wir sind jetzt da. So. Awu, alles in Ordnung. Yay. Ich kann wieder fliegen. Danke, Schufa. Ach toll. Da freut sich einer. Ich kann wieder fliegen. Das muss halt auch super scheiße sein. Hast du eine neue Form, gewöhnst dich dran und zack, ne? Bist du wieder einfach nur eine Seele und stehst hier auf dem Boden rum. So sad. Oh, Schufa schweigt. Schufa ist so happy. Sein Herz explodiert fast. Er kann nicht mehr reden. Gestohlen. Sie haben die Anima gestohlen. Sie haben die Beine in die Hand genommen und... Moment. Das ist normal. Sie sind immer so schlimm. Dumme Sprigans. Ihr habt sie gefunden. Ihr habt meine Freunde gefunden. Sie haben ihre Gestalt. Jetzt müssen wir nur noch etwas tun. Eine letzte Sache. Mitzig, der Hochmütige. Böse Sprigans. Böse. Die Bösgans. Sie nehmen unsere Anima. Wir verlieren unsere Gestalt. Und einer ist der Schlimmste. Mitzig. Er sagt den anderen, was sie zu tun haben. Und er reitet einen Gorm. Großen, bösen Gorm. Da haben wir schon die Larven von gesehen. Vorhin letztes Mal. Besser gesagt, in diesem verdorrten Hain. Schnappt ihn euch. Schnappt ihn. Schnappt ihn. Deder. Auf den Gorm. Okay. Dann holen wir uns die Sau. Wo ist er denn? Eben war er noch hier. Da. Ja, kaum zu übersehen. Auf dieser wirklich fetten, fetten Raupe. Made. Larve. Man weiß es nicht. Warum, fragt er noch. Baut hier einen Haufen Scheiße. Und fragt dann, warum er eins mit dem Hammer bekommt. Oder mit den Hämmern. Richtig behämmert von ihm. Lell. Okay. Bezauberter Gorm. Er sitzt da echt ganz entspannt drauf. Ich nehme all eure Anima. Ja, da träumst du von, mein Freund. Guck mal, selbst die Tierchen haben ihres wieder. Und die kämpfen auch schön mit, ne? Die Katze. Hier, bam. Wunderbar. Wie wenn man morgens vergessen hat zu füttern, ne? Erstmal Schelle links, Schelle rechts. Aufstehen, Herrchen. Ja, hat jemand Hunger? Nicht, dass mir das je passieren würde. Oder so. Nee, nee. Natürlich nicht. Und man steht dann ja auch auf, ne? Nur hier ist es andersrum vorne. Hier steht man dann nicht auf. Hier fällt man dann um, wenn die dicke Anima-Katze häufig genug rittet. Aber der Uralte hat versprochen. Oh. Der Uralte. Geschafft. Geschafft. Wir treffen uns vor dem Tal. Ja. Wir sehen also auch im Ardenwald sind es nicht einfach nur die Sprigans, die jetzt generell noch böser geworden sind, sondern die haben ja auch Erfolge zu verzeichnen und das nicht, weil sie auf einmal auch hyperintelligent geworden sind und sich perfekt organisieren, sondern weil irgendeine andere Macht etwas Uraltes und Mächtiges hinter ihnen steht. Und was das sein könnte, hmm, bestimmt nicht letztendlich genau dieselbe Geschichte wie in den Zonen bisher, oder? Es ist bestimmt was ganz Neues, Eigenes, das ausschließlich mit den Sprigans zu tun hat. Und jetzt, geh nach Hause, sag mal. Wie lange verfolgen die mich denn? Wollt ihr wirklich aufs Maul behaupten? Sag mal. Ja gut, die sind alle ein bisschen verzweifelt, ne, wegen der Dörre. Dann haben wir all ihre Freunde getötet. Ah ja, und jetzt denken sie, ja gut, Malte ist jetzt noch umgefallen, jetzt gehen wir nach Hause, wir essen ein paar schöne Pfannkuchen. Geile Nummer. Schufa. Hallo, ich liebe diese Katze. Seht sie euch an. Ist das schön. Der Hammer. Weg, der böse Sprigan ist weg. Das Geistertal wird wieder uns gehören. Und jetzt weg. Wir müssen hier weg. Er hat ein neues Lieblingswort, glaube ich. Heimkehr der Seelen. Zum Baum. Zum Baum. Es ist Zeit für uns, in den Haien zurückzukehren. Wir haben unsere Anima. Wir haben unsere Gestalten. Der große Baum braucht die Anima. Der große Baum wird sich freuen. Wir sehen uns dort. Wir kriegen Handschuhe. Und logischerweise ist hier jetzt alles ein bisschen besser als die Belohnungen aus der letzten Zone. Sehr schön. Fortschritt und so. Viel zum Baum. Zum Baum. Beim Baum sind wir sicher. Ja. Dann auf zum Baum. Ach und gucke, wer jetzt hier vorrinnt. Aha. Beim Baum sind wir sicher. Das bedeutet, da kann man schlafen. Da ist die Kiddy Cat auf einmal die schnellste hier. Die Sportlerkatze der Gruppe. Herrliche Sache. Ja, immer wieder schön mit Schufa und seinen Freunden. Habe es beim letzten Mal auch angesprochen. Man kann beim Gluthof, dem Partyfeature der Venture, auch Schufa und seine Geisterfreunde einladen. Die dann einen Haufen Mist machen. Ja, alle ärgern und es einfach aufgeregt mögen. Ja. Und so Musik abgehen und Gratisdrinks wollen und so. Also wirklich herrlich. Das Partyhörnchen und seine Gang. Immer wieder schön. Und die verkörpern auch sehr gut das, was den Adenwald irgendwie macht. Irgendwo ausmacht. Ja, schon diese drohende Gefahr. Hier drüben. Wir sind gerettet. Aber auch genau das. Vom Bach zum See. Wasser kehrt zurück. Willkommen zu Hause. WB, Leute. Und hier gleich im Teich. Sehr schön. Da oben schläft das Kätzchen. Nee, wait. Das ist ein anderes Kätzchen. Das ist gar nicht unsere Katze. Das ist eine andere. Er hat sich einfach den besten Platz gesichert. Frechheit nenne ich das. Wir können übrigens noch, wo wir gerade von Ernst und Spaß gleichermaßen sprechen. Wir haben hier diese Befehle. Seht Verwüstung. Erntet Chaos. Es wird seinen Platz als einzig... Er wird seinen Platz als einzig wahrer Gott des Todes einnehmen. Verhängnisvolle Nachrichten. Königin, erhalte euch. Heimkehr der Seelen. Aus Eicheln wachsen Wälder. Von Seelen kommt lebenswichtiger Anima. Sie mögen klein sein, doch von ihnen hängt unser Schicksal ab. Der Wald seufzt vor Dankbarkeit. Wir haben es immer mit einem lachenden Auge folgendermaßen erklärt. Du kommst hierher als Seele. Alles ist Anima. Und du wirst dann irgendwann dem Ruf der Natur folgen und in den Wald scheißen. Und aus diesem Dünger, in dem auch Anima enthalten ist, da nehmen sich die Pflanzen, die Bäume und Sträucher dann eben ein bisschen was raus. Wachsen und formen zum Beispiel aus dem Anima, was du in dieser und anderer Form vermutlich auch gegeben hast, formen die dann zum Beispiel eine schöne Frucht, eine schöne Blüte und die kannst du dann wieder fressen. Und da war auch Anima drin und Kreislauf und so. Voll toll. Also eigentlich richtig schönes Konzept, richtig schönes Prinzip. Ist dann halt nur kacke, wenn irgendwie keine Seelen mehr ankommen und Flora und Fauna gleichermaßen total am Rad drehen. Dann auch irgendwelche Uralten alle manipulieren. Also da hätte ich dann auch nicht so Bock. Da würde ich auch sagen, Leute, ich brauche erst mal eine Woche Urlaub. Das ist halt hier nicht so gut gelaufen. Blätter fallen mit dem Wandel der Jahreszeiten. Ja, das ist richtig. Und wir haben da vorne noch eine Quest. Ich wollte gerade sagen, wieso habt ihr jetzt eigentlich nichts mehr? Aber wir sollten ja noch weitermachen. Hier unten mit Traumweber. Der war nämlich sehr durcheinander. So wie eigentlich alle hier. Entweder sind sie ganz traurig oder sind komplett aufgedreht. Und das in jeweils einer Form, die als nicht mehr richtig klarkommen eigentlich... Nein, nein. Das wird der Könige nicht gefallen. ...zu bezeichnen ist... Was denn? Was hast du da für einen schönen Korb? Mit Samen. Aber Wildsamen sind das nicht. Das sind irgendwelche anderen... Die Samenbank, liebe Leute. Was führt euch her? Eine kleine Samenspende hat er hier vorbereitet. Ihr seid neu hier, oder? Kein Fäh, keine Seele und auch nicht für einen Wildsamen bestimmt. Und die Dromanen hat euch geschickt, um mir zu helfen. Also jetzt wird's ja richtig interessant. Ja, ich hab auch die Bösgarns da hinten weggehauen und so. Bin voll der Held jetzt. Friede mit euch. Es ist mir eine Freude, ein... Was auch immer ihr seid im Artenwald zu erblicken. Wildtiere verscheuchen. Hier in den ruhigen Teichen geht es chaotisch zu. Naja, wie wir's eben besprochen haben, ne? Mit den Namen bei manchen oder von manchen Mobs und Zonen. Das muss ja eigentlich alle drei Minuten alles geändert werden. Ich wäre am Boden zerstört, wenn die Winterkönigin das zu Gesicht bekäme. Das hier sollte ein friedlicher Ort sein, an dem wir Wildsamen mit Anima versorgen. Aber wegen dieser Anima-Dörre nähern sich derbende Wildtiere den Teichen und versuchen, die Anima zu verschlingen. Es gibt leider keine andere Möglichkeit, als sie zu töten. Sonst bringen sie die Geister in den Wildsamen in Gefahr. Ja, und dazu kommt ja auch noch, dass wenn die die fressen, dann ist der Geist natürlich nicht nur verloren, die heilige Pflicht dieser Fäh, dann außer Kontrolle geraten, sondern die Tiere werden dann auch mächtiger. Durch diese mächtige Seelenessenz, die da drin dann eben gespeichert wurde. Und das kann natürlich auch schlimme Folgen haben. Wildsamen pflegen. Wir reichen diese Wildsamen mit Anima aus den Anima-Zapfen an, die wir in der Umgebung sammeln. Reichern, ah, ja, klar, das sind diese Zapfen. Das ist genau das, was ich eben beschrieben habe. Aber da kommt dann eben die Pflanze, ja, die ist im Idealfall schon da, kommt einfach vorbei, ne? Moin, Servus. Und hat dann irgendeine schöne Blüte, eine schöne Frucht. Die pflücken wir und nutzen das Anima für uns selber, kanalisieren das in die Wildsamen oder, oder, oder. Aber die Pfleger der Wildsamen sind verschwunden und einige Wildsamen brauchen Anima. Das ist eine absolute Schlamperei, die in Ordnung gebracht werden muss, bevor die Winterkönigin eintrifft. Ich habe bereits einen Korb mit Zapfen gesammelt. Könntet ihr damit einige der Wildsamen anreichern? Ich zeige euch, wie es geht, aber dann muss ich mich auf die Suche nach den vermissten Pflegern machen. Bis später. Okay, dann nehmen wir mal das Körbchen. So. Ich danke euch. Diese Teiche sind gerade nicht sehr ruhig. Ja, das ist true. Ach, und guck mal, wir tragen jetzt schön auf dem Rücken hier. Jo, und das ist wieder das Schöne im Ardenwald oder am Ardenwald. Das Anima ist wirklich wunderschön. Alles hier ist einfach sehr, sehr hübsch. Sogar, wenn es eigentlich... Toll, dankeschön. Gerade die Spawn zum Beispiel. Selbst dann war die Pflanze sehr hübsch. Seid ihr Elite? Nein, wir können auch euch umholzen. Ich würde aber gerne... Ah ja, versuchen, mich den Wildsamen anzunähren. Und was fress ihr hier? Der arme Raya. Leute, das ist ja zum Raya. Und wenn wir sowas hier direkt erblicken, mal noch Totem dazu. Hier, zack, auf die letzten Meter. Damit die Shami-Mafia auch weiterhin zufriedengestellt ist. Sonst habe ich wieder irgendeinen Tod im Kopf im Bett. Und das will ja keiner. So, du bist auch noch im Eimer. Und noch ein Sturmschlag für dich. Zack. Guck mal, schön in der Reihe. Die Kätzchen hier. Die Wasserleichen. Hier haben wir einen Wildsamen. Den reichern wir an. In der Pflege erhalten die Wildsamen keine Animer. Und die Geister in ihnen werden nicht wiedergeboren. Guckt mal, die Animation hier. Richtig schön. Schön fließend, ne? Sieht man auch gleich den Unterschied zu denen, die eher inaktiv sind. Und das ist natürlich eine unglaublich wichtige Aufgabe. Und es ist manchen Tags bestimmt auch stressig, ne? Ich meine, gut, dass die Burschen hier fliegen können. Dass die Kollegen Flügel haben. Aber, Junge. Seit Beginn der Dürre gibt es nicht genug Animer für alle. Wir mussten einige schwere Entscheidungen treffen. Ah, haben wir schon gehört, mein Lieber. Wissen wir genauestens Bescheid, wie reudig das auch für diese Pfleger sein muss, ne? Das würde ich mir auch immer gar nicht vorstellen. Und ich finde es schön, wie dieser eine Zapfen jetzt hier langsam eins mit unserer Wirbelsäule wird. Voll geil. Hat ein bisschen was von Cyberpunk, ne? Nur mit Samen und Früchten und Wölfen. Vielleicht wird das ja ein neues DLC oder so werden. Keine Ahnung. Cyberpunk jetzt aber mit Nüssen und Hülsen und Wölfen. Die kannst du dann auch irgendwie in deine Erz spritzen und deinen Armen modifizieren, ne? Kriegst du da so ein paar Ferienflügel und dann kannst du hier Wildsamen versorgen, Junge. Das wäre mal ein seltsames Crossover. Gibt bestimmt irgendein Paralleluniversum, wo das Realität ist. Zack. Gut. Bringt das hier zu Ende. Ich suche die vermissten Pfleger. Okay. Ja, dann haben wir das ja als Azubi hier schon mal ganz gut hinbekommen, ne? Wenn du dann Echttage hast, gerade jetzt in Zeiten der Dörre, wo du dich dann auch noch entscheiden musst, ja? Und zwar nicht, in welcher Reihenfolge du das gibst, sondern wer überhaupt was bekommt und wer sich dann langsam aber sicher von seiner Existenz verabschieden darf. Hui. Das ist natürlich wirklich ein Job, also da bin ich nicht neidisch drauf, ja? Da muss ich sagen, gut, dass das andere machen. Und da vorne ist unser letzter Samen. Für den haben wir auch noch einen schönen Zapfen, liebe Leute. So. Zack. Also jetzt kriegen wir natürlich keinen Kommentar mehr, weil er ist ja schon abgehauen. Na gut, dann hauen wir ja noch diese miesen Pörscher weg. Es waren bisher aber auch wirklich nur diese Pörscher, oder? Alle anderen Tiere haben sich bisher benommen. Ich meine, gut, so eine Motte, die kriegt vielleicht auch immer noch ein bisschen Animastaub von irgendwelchen Blüten, ne? Die Vögel, okay, die klauen hier und da auch mal so einen Samen, aber die versuchen anscheinend, die auszubrüten, weil sie auch gar nicht mehr klarkommen, ja? Und überhaupt nichts mehr unterscheiden können. Aber an sich, die miesen, fleischfressenden Halunken, die scheinen jedoch am meisten auf den Sack zu gehen, hör mal. Da schwingen wir uns aber frech, wie wir sind, auf unsere Flugwolke. Oh, er ist auch gut drauf hier. Hahaha, Junge. Er denkt sich, die Leertaste ist zum Drücken da, ja? So muss es auch sein. Das ist wieder der Kontrast. Wir sprechen gerade über was Ernstes, was Trauriges, ja? Über Cyberpunk mit Fäden. Und der Dodo hier, Mopsfidel am Hüpfen. Herrlich. Was geht? Die Pflanzen haben sie gefressen? Nicht schon wieder. Schon wieder? Okay, oh Gott, sie sind vollkommen traumatisiert, wie sie hier sitzen und mit gesenktem Kopf flattern. Oh nein, ja. Auch die Pflanzen drehen durch, ich hab mich wohl zu früh gefreut, ne? Mit den Pörschern, die hier allein nicht derart durchdrehen am Arsch. Träume sind wunderschön. Wildtiere verscheuchen. Normalerweise würde ich keine Hilfe von welchem Volk ihr auch immer angehört brauchen. Ach, war Zeit, das war unhöflich. Ihr müsst verstehen, dass der Artenwald Seelen aus dem gesamten Reich der Sterblichen beherbergt. Es fällt mir schwer, die richtigen Namen von allen Völkern zu behalten, die hier eintreffen. Ja, das ganze fucking Universum, ne? Genießt die Reise. Wildsamen pflegen. Gute Arbeit. Wir dürfen nicht aufhören, die Wildsamen zu pflegen, die die Winterkönigin zur Rettung auserkoren hat. Vielleicht könntet ihr mir jetzt noch bei einer anderen Angelegenheit behilflich sein. Die hiesige Flora ist während dieser Animadürre irgendwie außer Kontrolle geraten. Die Pflanzen haben doch tatsächlich die meisten der jungen Fäh gefressen, die die Wildsamen hier gepflegt haben. Immerhin wissen wir jetzt, wo die ganze, äh, wo sie die ganze Zeit gewesen sind. Und er kam nicht mal auf die Ideen. Er dachte, die machen blau irgendwo. Toll. Oh, keine Sorge. Das ist nicht zum ersten Mal passiert. Wir können im Innern dieser Pflanzen eine ganze Weile überdauern. Nehmt meinen Dolch. Benutzt ihn, um das Gestrüpp aufzuschneiden und die anderen Wildsamenpfleger zu befreien. Und Appetit auf Animazapfen. Ich muss mich für den Zustand der ruhigen Teiche entschuldigen. Normalerweise ist es hier recht friedlich. Die Wildsamenpfleger haben mir erzählt, dass die Pflanzen, die hier herumlaufen, alle Animazapfen gefressen haben, die für Tiernaval gedacht waren. Könntet ihr diesen Pflanzen vielleicht die Animazapfen abnehmen? Wir haben Wildsamen, die diese Animazapfen benötigen. Träumt weiter. Auf jeden. Öffnet mit meinem Dolch die Pflanzen und befreit die anderen. Wir sehen uns in Tiernaval. Jo, ich mach einfach euren Job, Leute. Ist gar kein Problem. Er hat halt schon total verkackt, ne? Ich meine, er hat uns jetzt schön angelernt, okay. Aber er ist zum wiederholten Mal nicht darauf gekommen, dass seine Mitarbeiter vielleicht einfach gefressen wurden. Dann hat er es außerdem nicht geschafft, die ganzen Animazapfen, die ja wichtig waren für die Lieferung, entsprechend zu sichern. Die wurden auch gefressen. Es ist eigentlich ein Wunder, dass er selbst nicht gefressen wurde, hör mal. Das ist das Einzige, was hier ein bisschen komisch ist. Aber gut, dann befreien wir mal die Fä aus den Mägen dieser Hydra. So, kann ich den da drüben noch taggen für uns? Der war so ein anderer Shami-Borsche, ne? Zack. Oh, Kettenblitz hat da aber auch gute Range gerade, hör mal. So, einmal aufschneiden. Sehr schön. Und raus mit den Geißlein. Ich meine natürlich Fan-Lul aus dem Bauch. Der Bestie. So, dann nähen wir noch ein paar Steine wieder mit rein, aber das können wir uns ja sparen. Wir müssen nicht full Märchen gehen, weil die sind ja schon tot, ne? Aber wie viele auch drin waren, Junge. Ich meine, der hat drei Köpfe, drei Mäuler, ne? Und wenn du dann irgendwie rantrittst an so ein Trio, dann machst du halt einmal, habst du mit jedem Maul, zack, hast du drei im Bauch, ne? Das geht natürlich ruckzuck, aber ist auch schön, dass sie das dann selber gar nicht gerafft haben. Die sind vermutlich noch drauf zugeflogen. Da haben sie gedacht, ey, schöne Pflanze, was geht? Voll erhaben und so, schicke Pflanzenhydra, mhm, was geht? Nom, und weg waren sie. Scheiße gelaufen. Ich glaube, die haben auch keinen guten Handyempfang im Bauch einer solchen Monsterpflanze. Und das ist natürlich dann auch noch eine weitere ungünstige Begebenheit. Hier, unser Krieger, Junge. Oh, Rook ist ja mies am Draufzimmern. Ich hoffe, ich klaute die jetzt nicht. Ich hoffe, wir können die gemeinsam befreien, ne? Wenn wir hier auch gemeinsam rumlaufen. Ignoriert hier die kleinen Pflanzen und denkt sich rein, einfach. Schön nach vorne, zack, jawohl. Bisschen Gruppenspiel hier, ne? Zum Wochenende. Da sind die Leute aber am Leveln. Crazy. Ich habe ja auch echt viel mit aktivem Kriegsmodus gelevelt, um die paar Bonusprozente mitzunehmen, ne? Und, ja, da war ich echt selten in der Bredouille, muss ich sagen. Weil entweder waren auch die Spieler der gegnerischen Fraktionen einfach vor allem mit Leveln beschäftigt. Oder es war immer relativ ausgeglichen. Und selbst wenn du dann jemanden dabei hattest, der sich dachte, jo, ihr müsst jetzt hier mies auf den Sack gehen, ne? Und einfach im Kriegsmodus Krieg machen. Frechheit, oder? Wie kommt man auf sowas? Dann hat er sich in der Regel vornehm zurückgehalten, ne? Weil dann wirklich ein kompletter Krieg draus geworden wäre. Und da hatte keiner so wirklich Bock drauf, sondern wollte lieber die paar Level machen, ne? Die paar Prozente holen. Ja, und darum habe ich bisher mit dem Kriegsmodus echt sehr positive Erfahrungen gemacht. Das sah im letzten Add-on noch ganz, ganz anders aus. Und vielleicht wird es auch wieder anders aussehen, wenn sich WoW jetzt, ich sag mal, ein bisschen normalisiert. Ein bisschen akklimatisiert. Ich meine, der nächste Patch steht schon vor der Tür. Aber der richtig große, erste Shadowlands-Hype ist ja jetzt so langsam, aber sicher abgeflacht, ne? Die ersten machen Pause. Die ersten haben generell wieder aufgehört, ne? Wieder andere warten eben nur auf den nächsten Patch. Haben jetzt keinen Bock auf Twinken, alte Raids-Farmen und, und, und. Ja, und dementsprechend kann es sein, dass sich das wieder ein bisschen ins Gegenteil verkehren wird. Ach, gucke, die Arbeiter. Da sind sie. Hallo. Na? Ja, Leute, macht euch nichts draus, ne? Ist wie, wenn ich im Stream irgendwie die Gruppe motiviere nach dem Wipe. Ja, Leute, passiert den Besten und so, ne? Wipen, gefressen werden, das Datum vergessen, ne? Das sind alles so dieselben Kategorien. Den Bauch voller Fäh. Gute Arbeit. Das sollte helfen, damit die ruhigen Teiche wieder zur Normalität zurückkehren können. Ich gebe zu, dass ich das Schlimmste befürchtet hatte, als ich keine der Pfleger finden konnte. Ich bin froh, dass sie nur von der hiesigen Vegetation verschluckt worden sind. Ja, puh, da haben die wirklich Glück gehabt, ne? Neuer Gürtel. Sehr cool. War das unser letztes BFA-Item, was ich gerade ausgetauscht habe? Ne, das Herz haben wir noch, ne? Aber sonst? Aber sonst, Leute, gucke da. Sind wir schon ein fleißiger Umequipper. Habt ihr die Animazapfen gefunden? Die sind immer noch nützlich, auch wenn sie ein wenig schleimig sind. Ein samenkondensierter Anima, der von einem Himmelsbaum herabgefallen ist. Er ist mit Speichel bedeckt, ja. Selbst wenn die schon in irgendetwas drin waren, aus Gründen, müssen die ja noch nicht restlos verdaut worden sein. Und demnach können wir das nutzen. Es geht ja um alles, ne? Muss ich gleich an Bear Grylls denken. Früher D-Max immer ausgesetzt in der Wildnis, wenn er irgendwie in so einer eisigen, schneebedeckten Region Bärenkacke gefunden hat. Die war dann schön warm, hat er sich schon gefreut. Wenn es zufällig, ja, ganz frisch war. Und wenn nicht, dann konnte man in dem Bärenkoden auch so ein bisschen rumwühlen und hat dann so ein paar unverdaute Bären gefunden. Ja, also Himbeeren, Heidelbeeren und so. Ganz einen anderen Bärweißen mitten drin. Ja, da hat er die abgespült und noch gesnackt, ne? Man nimmt dann alles, was man kriegen kann, Leute. Auch Kacki-Bären. Voll toll. Oder Kacki-Zapfen in dem Fall, ne? Wie war das heute mit dem Umbenennen? Man muss ja da kreativ und up-to-date sein. Glaubt mir, den Geistern ist es einerlei, solange sie ihre Anima bekommen. Ja, das glaube ich. Müssen wir denen ja nicht sagen, wo es ja ist. Die Anima-Zapfen. In dieser Dörre müssen wir uns auf jedes bisschen Anima stürzen, das wir bekommen können. Ich danke euch. Passt auf euch auf. Kein Problem. Ein besonderer Geist. Ja, das würde ich sagen, ist dann unsere Quest, unsere Aufgabe für das nächste Mal. Denn wir haben hier in Tirnaval auch noch einiges zu entdecken, einiges zu klären und warten dann ja auf die Winterkönigin, die uns hoffentlich weiterhelfen wird. Fast 80% schon wieder, Leute, ne? Fast 57. Junge, der schnellste Leveler der Welt. Da ist er wieder. Er war nie weg. Ich danke euch fürs Zusehen, liebe Leute. Und dann sehen und hören wir uns im nächsten Part, wenn ihr wollt. Bis dahin, bleibt gesund und tschau's.